In unmittelbarer Nähe der Stadt Linz liegt das Wohngebiet Käferfeld. Die Infrastruktur ist im Westen von Linz ausgezeichnet. Kindergärten, Schulen, ein Seniorenheim, Ärzte und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten sind in das Wohnumfeld eingebettet. In ein bis fünf Raumwohnungen fühlen sich Singles, Familien und Senioren zu Hause. Das Wohnungsangebot der WAG reicht von 20 bis 106 Quadratmetern und die Häuser sind großteils generalsaniert. Die WAG schafft auch weiterhin im Wohngebiet leistbaren Wohnraum. Derzeit entsteht in der Landwiedstraße Ecke-Megauer-Straße ein neues Wohnobjekt. Ausreichend Raum für Entspannung bietet der nahegelegene Hummelhofwald mit der Wellness-Oase Hummelhof. Erholsame Grünanlagen, die Nähe zur Stadt Linz und darüber hinaus das vielseitige Wohnangebot machen das Siedlungsgebiet Käferfeld besonders attraktiv. Das Wohnteam 4 betreut die Objekte im Wohngebiet Käferfeld und ist der Ansprechpartner für das Umfeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017